Rauche, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! In Deutschland gibt es Millionen Raucherinnen und Raucher. Auch ich gebe zu, ich gehöre zu Ihnen. Ich genieße es, zu rauchen und auch immer wieder festzustellen, dass man in Raucherecken sehr gute Kommunikation betreiben kann, mit anderen Menschen ins Gespräch kommt. Gleichzeitig möchte ich aber klarstellen, ich weiß, welche Gesundheitsgefahren vom Rauchen ausgehen, besonders für Kinder und Jugendliche. Und ich will hier nicht den Rauchen das Wort reden. Aber wir sollten anerkennen, dass Rauchen zu den Genussmitteln gehört, die in Deutschland geschätzt, genutzt und erlaubt sind. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass viele der heutigen Konflikte zum Rauchen nicht neu sind, sondern immer wieder auftreten. Wie allgemein bekannt ist, stammt die Tabakpflanze aus dem amerikanischen Kontinent. Vielleicht hätten wir nicht entdecken sollen. Aber schon lange vor der Ankunft der Europäer, am Ende des 18. Jahrhunderts, wurde Tabak auf verschiedenen Wegen konsumiert. Nach 1492 verbreitete sich das Rauchen schnell im Rest der Welt. Es gab immer wieder Versuche, den als schädlich empfundenen Tabakgenuss zu unterbinden. Massive Tabaksteuererhöhungen, Verbot des Rauchens mit Androhung von drastischen Strafen, Warnung vor Verwahrlosung, auch mit religiösen Begründungen gab es. Doch alle Versuche, das Rauchen zu verbieten, scheiterten bis jetzt. Es existiert ein berühmtes Zitat von Goethe zum Thema Rauchen, der sagte, Rauchen macht dumm, es macht unfähig zum Denken und Dichten. Es ist auch nur Vermüsiggänger für Menschen, die Langeweile haben. Wenn Sie dieselbe Rede zu Cannabis noch mal halten. Ja, er war ein erklärter Gegner des Rauchens. Niemand durfte in seiner Nähe dieser Leidenschaft nachgehen. Bis auf eine Ausnahme. Sein guter Freund Schiller gestattete er das Rauchen in seiner Umgebung, wenn er ihn auch für den Tabakgenuss kritisierte. Und Schiller war, wie wir alle wissen, ein ebenso bedeutender Künstler wie Goethe und keinesfalls war er unfähig zum Denken oder zum Dichten oder ein gelangweilter Müsiggänger, sondern gilt bis heute zu Recht zu einem der größten Dichter Deutschlands. Was lernen wir daraus? Seit der Einführung des Tabakrauchens gibt es eine Debatte für das Für und Wider. Es gibt Versuche, das Rauchen einzustrecken, Stärke zu besteuern oder ganz zu verbieten. Und auch abseits von staatlichen Regulierungen, Stritten und Streiten, Befürworter und Gegner des Rauchens bis heute. Mir ist natürlich bewusst, dass zwischen Tabakkonzern damals und heute Unterschiede bestehen, auch gerade im Punkt Herstellungsverfahren und Verfügbarkeit. Der wesentliche Konflikt sind doch die gleichen. Es ist ein Problem, das sich wohl auf Dauer nicht lösen lässt und auch nicht mit den heute zu behandelnden Gesetzen und den zukünftigen Gelsets. Die Aufgabe des Staates muss es aber sein, Gesundheit und Aufklärung zu fördern, ohne unnötig die Freiheitsrechte von Verbrauchinnen und Verbrauchern und auch in der Wirtschaft einzugreifen. Gerade der Jugendschutz ist uns sehr wichtig, und deshalb haben wir bereits in der zurückliegenden Sitzungswoche E-Zigaretten für Kinder und Jugendliche verboten. Aber wir müssen auch deutlich sagen, wenn sich Erwachsene aus freien Stücken für das Rauchen entscheiden, sind wir es dann, die sie daran hindern wollen. Wir können und dürfen den Bürgern und den Bürgerinnen nicht alles vorschreiben. Aufklärung ist wichtig, Jugendschutz ist wichtig, aber der mündige Verbraucher ist uns ebenso wichtig. Deshalb freue ich mich, dass wir mit dem vorliegenden Gesetzentwurf eine sinnvolle Umsetzung der EU-DAPA-Gerichtlinien erreicht haben. Es war ein längeres und hartes Ringen, um das umzusetzen, was die EU vorgeschrieben hat. Allerdings muss ich Kritik an der EU üben. Bestimmte konkrete Informationen zur Umsetzung wurden uns erst sehr spät bekannt gegeben. So konnten wir das Gesetz nicht früher und endgültig behandeln. In der Konsequenz bleibt den Tabakherstellern eine nur sehr kurze Frist zur Umsetzung der neuen Regeln. Und das ist ein Punkt, wo vonseiten der EU gewisse Herdengrade für die mittelständische Zigarettenhersteller ohne Not hätten vermieden werden können. Doch insgesamt können wir festhalten, nach langen Arbeiten an diesem Thema sind wir nun zu einer Umsetzung gelangt. Und das ist gut und wichtig. Wir haben es eins zu eins umgesetzt, was uns die EU-Richtlinien vorgeben. Ich danke ausdrücklich am Bundesminister Christian Schmidt und sein Haus für den Entwurf, den wir heute beschließen werden. Ich denke, wir haben uns einen tragfähigen Kompromiss gefunden zwischen Jugendschutz und Gesundheitsschutz, einerseits um der Wahlfreiheit der Verbraucherinnen und Verbraucher. Ich danke Ihnen recht herzlich und ich bitte, dem Gesetzentwurf zuzustimmen. Danke.